Ja, ein Stichwort in dem Zusammenhang ist auch die autonome Fabrik. Die durch Roboter geprägte Fabrik, Industrie 4.0, glaube ich, hat man das eine Zeit lang genannt, aber das geht ja auch immer weiter und die Frage ist, wo stehen wir da und wie verhält sich das zur Zukunft der Arbeit und wo bleibt der Mensch? Ja, also zunächst mal Industrie 4.0 ist nicht gleichbedeutend mit autonomer Fabrik. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Es gibt ein paar Leute, die träumen davon, die vollautonome Fabrik zu haben. Lichtausfabrik, Lightout Factory ist da auch ein Schlagwort. Da kann es dunkel sein, weil der Mensch ja nicht mehr gebraucht wird, dass vielleicht auch die Maschinen Licht brauchen, um zu sehen. Das ist eine ganz andere Ironie. Also die ganz dunkle Fabrik wird es sowieso nicht geben. Die Frage ist auch, ob wir wirklich Fabriken entwickeln wollen, wo kein Mensch mehr arbeitet. Und wenn man jetzt nur rein technisch denkt, wäre das möglich und technisch wahrscheinlich auch sehr faszinierend. Also als Forscher würde mich das faszinieren. Als Systemergonom versucht man auch ein bisschen weiter zu denken und auch viele der Kolleginnen und Kollegen in der Industrie 4.0 denken da deutlich weiter. Nämlich, wie schaffen wir das, diese automatisierten, autonomen Fähigkeiten so einzusetzen, dass der Mensch mit denen wiederum zusammenarbeitet. Und dass der Mensch in diesen Teil- und hochautomatisierten Fabriken der Zukunft auch noch eine wichtige Rolle spielt. Also vor allen Dingen, dass da auch Arbeit entsteht, die gut ist. Und die Menschen auch in Lohn und Brot hält. Das ist ganz entscheidend an der Stelle. Sonst würden wir uns den eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, als Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft oder als Gesellschaft da vollautonome Fabriken zu entwickeln. Das würde uns nur in eine Ecke dann auch bringen, die gesellschaftlich wirklich gefährlich ist.